Das war's für heute. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DSB 21. Wir sind heute an der Technischen Universität. Hier studiert unser heutiger Gast. Das ist aber nicht der Grund, warum wir hier sind an der Technischen Universität Dortmund. Sie ist eine der erfolgreichsten Leichtathletinnen Deutschlands und sie hat mit einem Posting über Ernährung für ziemlich viel Aufruhr gesorgt und viele Diskussionen. Jetzt würde ich Ihnen gerne den Namen sagen, aber ich habe so viele verschiedene Aussprachen gehört, deswegen überlassen wir es dem Gast selber. Hallo, mein Name ist Pamela Dudkiewicz. Pamela kriege ich noch hin. Genau, aber die meisten sagen Pam und das ist mir auch am liebsten. Ist ja auch leicht. Über den Nachnamen müssen wir gleich noch reden, wo der herkommt. Ist eins und so ein Stichwort. Wir geben bei Google immer gerne den Namen ein und gucken, was für fünf Begriffe kommen denn dann zu derjenigen Person. Und bei dir war das Gewicht, Größe, das können wir relativ schnell klären. Ich glaube, das steht auch in irgendwelchen Bögen, da schämst du dich jetzt nicht als Frau. Ach ja, das gehört ja zum Sport dazu. Also Gewicht sehr wenig. Ach so, das soll ich jetzt sogar beantworten. Tatsächlich wiege ich mich gar nicht mehr. Man muss jedes Jahr so eine sportärztliche Untersuchung machen. Die habe ich jetzt im Oktober gemacht. Das ist auch schon lange her, da waren es 61 Kilo. Aber ich habe mich davon so ein bisschen freigemacht. Das heißt, Größe ist schon seit ein paar Jahren gleich. Ich sage immer 1,70 sind 1,68,9. Dann sind die Hürden aber ganz schön hoch bei 1,68,9. Ich würde sagen, ich bin so der Durchschnitt. Ich bin so die Durchschnittsgröße der Athletinnen, die über die Hürden laufen. Es gibt da schon größere, die haben auch deutlich Vorteile. Das ist natürlich immer schön, wenn man die Beine quasi nicht ganz so hoch bringen muss und einfach mehr in diesem Sprint ist. Aber ich glaube, ich gehöre einfach so zum Durchschnitt. Wie hoch ist denn so eine Hürde eigentlich? Das klingt relativ niedrig. 84 Zentimeter. Bei den Männern im Vergleich sind die 1,06, glaube ich. Das geht mir bis zum Bauchnabel. Das ist schon der Wahnsinn bei denen. Das heißt, du hüpfst auch manchmal über die Hürden der Männer? Ach, da würde ich nicht drüber kommen. Da könnte ich, glaube ich, drunter so ein bisschen. Aber die Männer sind da, das ist schon unfassbar, was die machen. Bei uns im Verhältnis ist das tendenziell mehr ein Sprintschritt. Bei denen, die legen sich ja richtig aufs Bein drauf, um da den Schwerpunkt quasi anzupassen. Aber das kommt gar nicht vor. Also ich mache nur meine Hürdenhöhe im Training. Die anderen drei Stichworte, die wir bei Google noch gefunden haben, waren Freund, Eltern und Instagram. Sprechen wir nachher noch drüber, insbesondere über die Eltern. Dann kommen wir nämlich auch wieder auf den Namen. Lass uns ruhig damit anfangen. Dukiewicz, ich kann es nicht so schön aussprechen, Polnisch. Oh, das war gut. Dukiewicz wäre nochmal mit ein bisschen mehr Schwung. Ich übe das nachher nochmal. Klingt nach Osteuropa. Du bist aber in Deutschland geboren. Genau. Meine Eltern kommen aus Polen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Meine Schwester ist noch in Polen geboren und ist, glaube ich, mit zehn mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Und ich liebe die polnische Sprache. Das war die erste Sprache, die ich gelernt habe. Im Kindergarten habe ich dann zum ersten Mal gehört, oh, das ist gar nicht die Sprache, mit der ich hier irgendwie kommunizieren kann. Habe ganz schnell das Deutsche gelernt, wollte vom Polnisch nicht mehr viel hören. Und leider ist es bis heute so, dass ich das Polnische verstehe. Meine Eltern reden Polnisch mit mir. Aber wenn man eine Sprache aktiv nicht spricht, also ich kann, das sind Zungenbrecher. Das muss man wirklich sagen. Die polnische Sprache ist sehr herausfordernd. Von daher, ich höre sie mir gerne an, verstehe sie, aber antworte auch meinen Eltern auf Deutsch. Aber du kannst bestimmt sagen sowas, ich bin Pam und komme da und da her auf Polnisch. Geht das? Ja, das kriege ich hin. Ich glaube, ein Pole lacht jetzt darüber, weil ich unfassbar viel Akzent habe, aber das könnte ich machen, ja. Dann machen wir. Ja. Das ist schneller als Deutsch, oder? Sprechen wir langsam? Nee, ich glaube, weil wir, die Deutschen hören ja quasi nicht, wann das nächste Wort beginnt im Polnischen. Die Worte sind lang, viele Konsonanten hintereinander. Deswegen klingt es besonders schnell, weil man, glaube ich, nicht einfach sieht, wann ist denn das nächste Wort da. Von den Fußballspielern wissen wir, dass die immer so ganz schwere Entscheidungen haben, gerade wenn sie türkischstämmig sind. Treten sie jetzt, Nui Schein von Borussia Dortmund, treten sie jetzt für die türkische Nationalmannschaft an oder Özil tritt für die deutsche Nationalmannschaft an? Hat sich so eine Frage bei dir jemals gestellt? Nee, dadurch, dass ich nur den deutschen Pass habe, war das nicht das Thema. Ich erinnere mich aber, dass wir so, ich meine, das war um 2010, da war ich im Juniorenbereich schon relativ stark. Und in Deutschland ist die Dichte an Höhen-Sprinterinnen unfassbar. Also das ist in Europa auch, gibt es keine andere Nation, die so stark ist. Und da hatten wir schon mal überlegt, ob man da irgendwie was machen könnte, dass ich nicht vielleicht in der polnischen Nationalmannschaft sieht ein bisschen, ist es ein bisschen leerer und wahrscheinlich die Chancen größer, international an den Start zu gehen. Aber das haben wir relativ schnell verworfen, auch einfach, weil ich natürlich jetzt hier auch in den ganzen Fördersystemen bin und so, die dann ja alle wegfallen würden. Von daher hieß es, ja, sich da in der nationalen Konkurrenz so ein bisschen durchzubeißen. Du sagst, die Leistungsdichte sei da sehr hoch. Davon merkt der normale Zuschauer, glaube ich, relativ wenig, weil Leichtathletik langsam sicher eine Randsportart ist, oder? Oh, das ist natürlich traurig. Leichtathletik ist ja so die Kernsportart der Olympischen Spiele und ich habe das Gefühl, jedes Kind, das Erste, was man einfach macht, ist Rennen. Man springt irgendwo lang und man wirft einen Ball oder so. Also Leichtathletik ist ja so nah eigentlich am Menschen und so eine tolle Sportart. Aber ich glaube, es sind ja fast alles Randsportarten, wenn man... Außer Fußball. Genau, wenn man da tatsächlich sieht, wie viel Fußball im Fernsehen übertragen wird. Das ist schade, aber ich finde tatsächlich, dass die Leichtathletik sich im Verhältnis noch relativ... Die bekommt noch ihre Plattform, das schon. Meinst du, es geht aufwärts auch mit der Leichtathletik wieder? Haben wir das Tal durchschritten? Ich habe den Eindruck, dass so ein bisschen innovativer gedacht wird. Also die Leichtathletik, zum Beispiel, jetzt kann ich ein gutes Beispiel nennen, seit einigen Jahren bin ich beim E-Stuff-Meeting, nennt sich das in Berlin, die international unfassbar gut besetzen. Also das heißt, da ist die Crème de la Crème da, aber sie machen daraus eine Show. Und das heißt, es gibt immer ein Musik-Act. Es wird ganz viel mit Lichtern gemacht. Feuer, man läuft durchs Ziel und das Feuer geht an der Seite hoch. Also so ein bisschen mehr Leichtathletik als Unterhaltung, als Show. Und das funktioniert. Und ich glaube, wenn man solche Meetings, solche Wettkämpfe mehr ins Fernsehen bringen würde, würde da auch ein bisschen die Lust steigen. Was ich aber gemerkt habe im letzten Jahr, war die Weltmeisterschaft in London. Die wurde ja sehr gut übertragen, auch mit den ganzen Berichtserstattungen, vorher, nachher, währenddessen. Und da habe ich schon viel Feedback bekommen. Und die Karten, die Ticketverkäufe für die anstehenden Europameisterschaften in diesem Jahr sind auch danach sehr gestiegen. Also ich glaube schon, dass die Leute Lust auf Leichtathletik haben. Aber man muss es halt auch ins Fernsehen bringen, damit die Leute wieder darauf aufmerksam gemacht werden. Aber wo du das sagst, du bist auch bereit, viel zu geben, habe ich den Eindruck dafür, dass man aufmerksam wird. Leichtathletik, Stichwort. Da gab es dieses Filmchen mit deinem Freund, der eine Art Heiratsantrag gemacht hat. Das wurde so gedeutet. Also ich habe tatsächlich danach ganz viele Nachrichten bekommen, weil er ja die Hand und auf den Ring gedeutet hat, ob wir verlobt seien. Und das habe ich gar nicht verstanden. Das ist einfach ein Glücksring, den ich mal geschenkt bekommen habe. Und der mich so ein bisschen immer... Naja, ich bin halt nicht allein beim Wettkampf oder in irgendwelchen herausfordernden Situationen. Aber es war kein Heiratsantrag. Ah, haben wir das auch schon mal geklärt an dieser Stelle. Das ist doch gut. Aber du bist bereit zu dieser Show. Du bist auch bereit zu diesen Fackeln und Lichtern. Da gibt es ja auch Puristen, die sagen, wie ich als Sportler nichts mehr zu tun habe. Ja, auch aus meinem Kreise kenne ich andere Meinungen, die sagen, was ist das für ein Schnickschnack, die dazu nicht bereit sind. Aber ich finde, das ist ja auch... Es ist letztendlich eine Win-Win-Situation. Ich meine, ich liebe den Sport auch und der bleibt ja in der Form. Aber ich finde, man muss auch... Das ist wirklich auch für mich und für uns Sportler ein tolles Erlebnis und für die Zuschauer super wichtig, dass da ein bisschen mehr Action passiert, ein bisschen mehr quasi ans Moderne angepasst. Von daher, ich glaube, da müssen ein paar Leute sich so ein bisschen... Jetzt wollte ich fast am liebsten was sagen. Ein bisschen locker machen. Ich formuliere es so. Es gab auch in Berlin, wo du dieses Stichwort nennst, dieses Event. Ich glaube, die Hochspringer waren es, die vor dem Brandenburger Tor gesprungen sind. Sind das so Events? Gibt es sowas für Hürdenläufe auch? Es gibt es tatsächlich nicht. Für Hürden nicht, aber genau das ist der Punkt. Das war ja auch super. Es gab keine Eintrittskarten. Die Leute sind vorbeigegangen, haben gesehen, wow, da läuft jemand. Und die Idee ist es ja einfach, dass die Leute beim Weitsprung einmal ein Gefühl dafür bekommen, mein Gott, springen die weit. Weil ein Fernseher natürlich auch unfassbar viel schluckt. Wenn ich mir auch ein Rennen im Fernsehen angucke, ja, das ist schnell. Aber die richtige Geschwindigkeit sieht man nicht. Genauso mit der Weite, genauso mit der Höhe. Der Stabhochsprung war ja dann auch vor dem Brandenburger Tor. Dann war auch die Idee, nicht 100 Meter zu laufen, sondern ich glaube, es waren 30 Meter. Und man hat einfach geguckt, was ist die höchste kmh? Wie schnell erreicht man, was ist das Maximum, was man an Geschwindigkeit erreicht? Und ich glaube, das sind halt Ideen. Und das sind übrigens auch Leute vom ISDAF, von dem Meeting, was ich gerade erzählt habe. Die probieren, innovativ zu denken und so ein bisschen mehr Show daraus zu machen. Ein bisschen greifbarer diesen Sport zu machen. Ich glaube, das ist auch der Weg. Das ist ja auch ein bisschen komisch, wenn wir jetzt im Winter gucken. Riesen Einschaltquoten für Biathlon, Langlauf und sowas. Und so im Sommer funktioniert das irgendwie nicht. Ja, bei den Olympischen Spielen schon. Ich glaube, dann ist Leichtathletik immer präsent. Das ist so das Ding. Ich hoffe ja darauf, dass es in diesem Sommer mit der Leichtathletik-GM im eigenen Land, in Berlin, im Olympiastadion, was ja so historisch ist, hoffe ich, dass das klappt. Ich bin mir auch ziemlich sicher. Also ich habe dieses Team um diese Leichtathletik-GM herum, ist jung, macht super Social-Media-Arbeit, haben schon so viele Tickets verkauft, wollen sich auch ein bisschen orientieren an diesem Show-Ding. Also ich glaube, es wird eine Meisterschaft, die es noch nicht so gegeben hat. Von daher, ja, ich glaube, das Jahr ist schon entscheidend, was da jetzt passiert in der Leichtathletik. Aber das ist ja auch eines der Stichworte, die ich bei Google gefunden habe, unter deinem Namen, nämlich Instagram. Das heißt, Social-Media spielt für dich schon eine Rolle? Auch das ist sowas, was viele Sportler, was ist das denn? Und da keine Lust drauf haben. Ich glaube, da muss man auch reflektiert sein. Also ich probiere da jetzt nicht unbedingt, tausend Follower zu haben, weil das die Sponsoren sehen wollen. Ich glaube, das ist natürlich auch schwierig. Dann nimmt natürlich auch den Fokus von dem, was man eigentlich macht. Ich will schnell laufen, aber das macht mir Spaß, drumherum mal was zu posten, mal ein Foto zu posten, zu informieren über meine Wettkämpfe. Man bekommt auch immer tolles Feedback. Da ergeben sich Gespräche. Ich gucke auch gerne bei anderen. Also ich finde das schon toll. Ich glaube nur, man darf sich da nicht komplett dem hingeben und so ein bisschen verlieren. Das ist ja nicht meine Aufgabe, es ist eben nicht da ein riesen Netzwerk aufzubauen. Aber wenn das neben dem Sport funktioniert, ist das ja super. Was waren deine letzten Postings? Oh, das letzte war, oh, ich bin aber ganz schnell mit, ich denke langsam. Das letzte Posting war jetzt, ich bin in, wo bin ich da jetzt gelaufen? Es passiert alles so schnell in der Halle. Es war was Sportliches. Es war was Sportliches, ich kriege es jetzt auch hin. Ich brauche ein bisschen Zeit. Ah ja, genau, ich war in Düsseldorf beim PSD-Bank-Meeting. Das ist eine World Indoor-Tour, das heißt, die schnellsten Läuferinnen der Welt treffen sich da. In Düsseldorf wurde auch auf Eurosport übertragen und da habe ich das Ergebnis gepostet, mit dem ich sehr zufrieden bin. Winkend in die Kamera, so war das Foto. Wie viele Leute gucken das dann so? Also ich habe knapp 30.000 Follower. Wie viele das sehen, da gibt es Statistiken, da schaue ich gar nicht drauf, das weiß ich nicht. Postest du denn selber oder hast du jemanden, der für dich postet? Nee, nee, das war für mich von Anfang an wichtig. Also ich hatte keine Lust, dass das irgendjemand übernimmt und probiert, irgendwie meine Wortwahl da nachzuahmen. Und ich wollte das schon selber kontrollieren. Und wenn ich es halt nicht schaffe, dann poste ich einen Tag nach dem Wettkampf. Aber ich möchte das schon in eigener Hand haben, ja. Ja, sind wir ein bisschen vom Anfang weggekommen. Ich wollte noch ein bisschen über die Eltern eigentlich gesprochen haben, denn die sind ja auch sportlich. Also du bist ja sportlich vorbelastet. Die Mutter Leichtathletin, aber 800 Meter. Ja, ein bisschen länger als ich, ja. Kam für mich nie in Frage. Das wollte ich gerade fragen, ja. Das haben meine Eltern auch relativ schnell festgestellt. Ich habe ja erst alles Mögliche gemacht, war lange Zeit beim Standardtanz. Und dann ist mein Trainer weggezogen oder der Tanzlehrer weggezogen. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir suchen irgendwas Sportliches in der Umgebung. Und meine Mama hat gesagt, probiere doch mal Leichtathletik aus. Und da bin ich hängen geblieben. Ich fand das toll. Man kann springen, werfen, schnell laufen, lange laufen. Und relativ schnell hat sich herauskristallisiert, mein Gott, der Schritt, das ist kein Langlaufschritt. Das wird keine 800 Meter Läuferin. Aber das Wichtigste da zu der Zeit, Entschuldigung, zu der Zeit war natürlich, dass ich einfach Spaß habe. Und das hatte ich da absolut. Ja, und wie bist du zu den Hürden dann gekommen? Du wirst einiges ausprobiert haben, gehe ich mal von aus. Ich habe das, was, glaube ich, jedes Kind macht. Man macht alles, wie gesagt, werfen, laufen. Und habe dann auch meine ersten Erfolge mit 14 gefeiert. Beim Blocksprintsprung hieß das damals noch quasi so ein verkürzter Siebenkampf. Das sind fünf Disziplinen, die man da macht. Und habe da Silber gewonnen. War super stolz. Und meine Disziplin, meine beste Disziplin damals war schon das Hürdensprinten und das Flachsprinten. Der Weitsprung war auch ganz gut. Und irgendwann, ich habe auch das Gefühl, man sucht sich nicht die Disziplin aus, sondern die Disziplin sucht einen aus. Und so war es halt einfach der Hürdensprint, was mich auch oft vor Herausforderungen gestellt hat. Weil das ist, man muss kompromisslos sein. Man geht volles Risiko. Ich lag oft auf der Nase. Als kleines Mädchen hat man natürlich besonders Angst. Aber es war halt die beste Disziplin. Das heißt, man kämpft sich da so ein bisschen durch. Und mit 16 habe ich dann gesagt, okay, dabei möchte ich bleiben. Und alles dafür, der ganze Fokus im Training geht jetzt aufs Hürdensprinten. Und da habe ich mich quasi spezialisiert, bin hier nach Wattenscheid gezogen und habe daran gearbeitet. Darüber müssen wir gleich auch noch sprechen. Du bist relativ früh wieder von zu Hause, kommst aus der Kasseler Gegend, weggezogen. Aber vorher würde ich gerne noch nach dem Vater fragen, du hättest auch Fußballspielerin werden können, oder? Um Gottes Willen. Das haben sie auch ganz schnell festgestellt, dass ich den Ball nicht schieße, sondern eher in die Hand nehme und werfe. Genau, mein Papa war Fußballspieler in Polen. Ein sehr junges, gutes Talent. Hat da auch immer in der U-Auswahl-Nationalmannschaft gespielt. Hat sich relativ schnell verletzt. Hat dann in Deutschland, als sie nach Deutschland gezogen sind, auch ein bisschen probiert, Fuß zu fassen. Das hat nicht ganz so geklappt im Fußball. Aber die Liebe zum Sport habe ich also immer mitbekommen. Meine Eltern haben sich auch, als ich klein war, immer sonntags zum Basketballspielen getroffen. Und da ist man als kleines Kind auch rumgeturnt und hat auch mal einen Korb geworfen. Also ich war immer sportlich aktiv und habe so die Liebe zum Sport. Und auch, was man da natürlich miterlebt, dass man mit Freunden gemeinsam sportlich aktiv wird. So dieser Zusammenhalt, Teamgefühl. Das habe ich alles als kleines Kind gelernt und hatte immer Lust auf Sport. Ich habe jetzt mal gerade im Kopf so versucht nachzurechnen. Deine Eltern müssen irgendwie so rund um den Mauerfall, also Öffnung des Eisernen Vorhangs hier rübergekommen sein? Die sind 88, meine ich. Also vorher sogar noch. Meine Mama als Spätaussiedlerin, meine Mama hat deutsche Wurzel noch, genau. Sind sie 88, 89, oh Gott, Mama. Die wird schimpfen, dass ich es nicht genau weiß, aber so um den Dreh muss es gewesen sein. Und war es Zufall Kassel? Ist es zugewiesen worden oder hattet ihr da Verwandte? Ich meine, dass das über meinen Papa lief, der einen Fußballverein zugewiesen bekommen hat, der irgendwo da in der Ecke war. Und meine Mama wollte auch eigentlich noch aktiv in der Leichtathletik bleiben, hatte in Mannheim einmal sich den Verein angeschaut. Dann sind sie aber doch eben in Kassel geblieben und haben da ihren Sport gemacht. Da gibt es Hessen, Kassel und Baunatal gibt es aber auch irgendeinen Verein. Die haben auch mal in der zweiten Liga oder sowas gespielt, meine ich. Ja, die haben auch einen super Platz, muss man sagen. Da habe ich ja auch trainiert in Baunatal. Aber die haben alles, was das Fußballherz, glaube ich, begehrt. Wir Leichtathleten waren dann immer hintendran, wie so oft. Mussten uns nach den Fußballern richten. Das ist in Deutschland so, ja. Ja, leider. Du hast dann gerade gerade schon gesagt, mit 16 bist du nach Wattenscheid gegangen, also weg vom Elternhaus. Die Eltern sind da geblieben, gehe ich von aus. Genau, ja. Wohne immer noch da. Habe ich zwei unterschiedliche Zitate von dir zu gefunden. Das eine ist positiv, das andere ist eher negativ. Einmal das Zitat, das war der beste Schritt meines Lebens. Ich war bis dahin noch ein ziemliches Mamakind. Absolut. Wenn du möchtest, dass du Sport auf einem guten oder auf dem höchsten Niveau machen kannst, musst du aus Baunatal, aus Hessen weg. Die Förderung ist nicht ganz so gut. Und in Nordrhein-Westfalen sieht das Ganze schon ganz anders aus. Wattenscheid ist die Adresse für die Leichtathletik. Da musst du nach Wattenscheid ziehen. Und ich glaube, ich habe das noch relativ naiv. Habe ich gesagt, klar mache ich das. Und als ich dann in meinem Internat, neun Quadratmeter Zimmer stand, aus dem Fenster gewunken habe und meine Eltern sich von mir verabschiedet haben, da habe ich erst mal verstanden, was ich da jetzt gerade gesagt habe und mache. Und klar, ich wollte das, mein Herz hat dafür geschlagen, aber da war auch ganz viel Heimweh. Also ich bin mit Sicherheit ein Jahr lang jedes Wochenende, wenn kein Wettkampf anstand, nach Hause gefahren mit dem Zug, was letztendlich rückblickend so wenig Sinn gemacht hat, weil ich noch Samstag früh trainiert habe, Samstag nach Hause gefahren bin und Sonntagabend wieder zurück ins Internat. Hat nicht viel Sinn gemacht, aber war fürs Herz ganz, ganz wichtig. Von daher, das war eine schwierige Zeit, aber es hat mich wirklich selbstständig gemacht. Und jetzt, wenn ich sehe, was meine Eltern gesagt haben, ich bin jetzt auf diesem hohen Niveau und das war eine gute Entscheidung. Auch wenn meine Mama, ich merke das auch, meine Mama hätte mich gerne öfter jetzt zu Hause, weil sie natürlich spürt so, 16, viele, viele Jahre sind jetzt vergangen und sie hatte mich nicht nah. Wir sehen uns und die Zeit ist dann auch super intensiv und wir telefonieren täglich. Aber das ist für meine Mama besonders schwer. Ich glaube, das ist für alle Mütter hart. Ja, ich denke auch. So, wenn die Kinder dann ausziehen. Ja, aber anderen Leuten, da würde man vielleicht denken, naja, mit 16 musst du ein bisschen Angst haben, dass der über die Strenge schlägt, Party macht und bis morgens um sechs. Aber das wäre sowieso für den Sportler nicht in Frage gekommen. Nee, was man gemacht hat, ist, was ich jetzt niemals machen würde, weil ich merke, im Alter ist es mit der Regeneration ein bisschen schwer. Im Alter? Ja, für den Sport. Ich bin jetzt 27. Ich werde 27. Du bist 27. Ich bin auch 26. Genau, also ich habe früher, natürlich haben wir auch gefeiert und Wettkämpfe gemacht. Mit 18 funktioniert das noch und später halt nicht mehr. Aber ich war nie jemand, wo man Angst haben müsste, dass ich irgendwas, nee, nee, ich war schon brav. Du bist ja dann ja auch in einem Umfeld von anderen Sportlern aufgewachsen, die ein ähnliches Leben geführt haben. Gibt es nicht so die Momente, die man da mit 16, 17 möglicherweise hat? Die anderen gehen da sonntags morgens bis sechs in Disco, in den Club und man selber muss ins Bett? Irgendwie nicht. Ich glaube zum einen, wie eben schon gesagt, dass ich eben auch das Umfeld hatte, was das gleiche Ziel hatte wie ich und wir hatten ja auch Spaß, eben nur verkürzt. Wir sind dann halt nicht bis um sechs Uhr feiern gegangen, wir waren auch mal auf einer Party, aber wenn am nächsten Tag um zehn Uhr das Training anstand, war das Maximum, dass man bis um zwei da ist. Also mir hat es nie gefehlt, auch jetzt. Das ist ein, ich erlebe das als Privileg, dass ich das leben darf und ich weiß, das ist auch klar, man kann trainieren, aber irgendwie ist so Talent die Basis. Und ich bin froh, dass ich das leben kann und ich kann es nur jetzt leben. Ich kann nicht sagen, jetzt mache ich mein ganzes Uni-Zeug und wenn ich dann Zeit habe mit 40, mache ich Sport. Da ist der Körper nicht mehr bereit dafür, von daher, ja. Ja, aber so ein Jugendlicher, der isst dann ja auch gerne mal Burger mit Pommes oder eine Currywurst in Wattenschalt natürlich irgendwie. Das sind alles Sachen, auf die du verzichtet hast oder gönnt man sich dazwischen durch was? Jetzt schon, also hatten wir eben gerade schon angesprochen, so diese Ernährung, ich habe mich Ewigkeiten mit Ernährung beschäftigt und man sollte meinen, wenn man Bilder von damals sieht, dass das die Zeit war, da hatte ich ein bisschen mehr drauf, dass das die Zeit war, wo ich diese Burger und Bratwurst gegessen habe, ganz im Gegenteil. Das war ein Leben voller Verzicht und irgendwie verzweifelt so den Weg gesucht und jetzt ist es eher so, dass ich ganz genau weiß, wie mein Körper tickt und ich weiß ganz genau, wann ich was einbauen kann und das ist null Verzicht, das ist, ich genieße auch ganz viel, aber zum Beispiel habe ich keinen Spaß an irgendwelchen billigen Bürgern. Ich esse gerne Burger, aber dann gute mit gutem Fleisch, ich esse gerne Sushi, ich gönne mir schon was, aber dann auch will ich meinem Körper schon was Gutes geben. Also du hast das gerade schon angedeutet mit der Figur, du hast dann irgendwann mal gepostet, das hat dann auch Wellen geschlagen, die Zeit hat einen größeren Artikel darüber geschrieben, dass du dich pummelig gefühlt hättest. Ja, also ich habe mich definitiv nicht ganz so wohl gefühlt, ich habe, ich weiß immer nicht, diese Story hat quasi einen roten Faden, wenn ich irgendwo mittendrin anfange, ist es immer ganz schwer. Ja, aber ich habe, wie gesagt, ich bin in einem sportlichen Umfeld groß geworden, ich habe mich nie irgendwie um Ernährung gekümmert oder sowas, das war auch nie Thema. Meine Mama hat gut gekocht, ich bin dann ins Internat gezogen, war dann natürlich auch zu einer Zeit, wo sich der Körper ändert mit 16, das ist einfach Pubertät. Und ich war natürlich auf die Küche der Mensa angewiesen, die super lecker ist, ich kritisiere sie aber bis heute, sie ist nicht sportlergerecht. Da essen nicht nur Sportler, die im Internat wohnen, sondern eben auch die Leute, die im Olympiastützpunkt arbeiten. Und das ist super lecker, aber fettig und nicht sportlergerecht. Der Abend, da waren wir auf Toastbrot angewiesen und also es ist kein gutes Essen für einen Sportler. Ich war darauf eben angewiesen, ich hatte nur das, was ich essen kann und habe gemerkt, dass mein Körper sich ändert und wollte so auf eigene Faust irgendwie da entgegenwirken und habe allen möglichen, rückblickend allen möglichen Schrott ausprobiert, von Almazet, irgendwelchen Diätprodukten, Mahlzeiten weggelassen. Dann hat man aber doch Heißhunger. Also irgendwie war das nicht so der richtige Weg. Aber jetzt habe ich ganz vergessen, was die Frage war. Jetzt habe ich nämlich ausgeholt und probiert den Rücken. Dass du dich publisch gefühlt hast. Ah ja, genau. Heißt aber, ich hätte auch noch eine Anschlussfrage, nämlich hast du dich wirklich publisch gefühlt oder waren es die Trainer, die da gesagt haben, hier hast du schon wieder ein bisschen Speck? Nee, ich habe mich auch schon. Also das war schon von mir selbst. Ich habe schon gemerkt, im Vergleich, wie gesagt, in der Leichtathletik hat man, man hat einen Top an und eine kurze Hose. Man sieht da wirklich alles. Da gibt es, da kannst du nichts verstecken. In der sportlichen Bewegung, wenn du dich nach vorne beugst, sowieso nicht. Und im Wettkampf denkst du auch nicht daran, deinen Bauch einzuziehen. Im besten Fall solltest du dich nicht darauf konzentrieren. Von daher, man hat wirklich viel gesehen und ich habe mich wirklich nicht wohl gefühlt. Und ich hatte da ein paar Kilochin zu viel, habe da natürlich aber auch von außen gemerkt, dass das, ich hatte das Gefühl, die Konkurrenz nimmt einen nicht ernst. Was definitiv, ich kann es denen nicht vorwerfen, aber im Allgemeinen, was so ist, wenn man, ich glaube, Körpersprache ist super wichtig. Und auch wie man auftritt. Von daher war das, auch von den Trainern habe ich das häufiger gehört, ja. Und vom Umfeld dann halt, die anderen Leichtathleten sagen, na guck mal, die Fette oder was? Nee, das kann ich nicht. Ich glaube, das war auch, in der Schule wäre das keinem aufgefallen. Also wir sprechen da wirklich über ein paar Kilo, die man eben sieht, wenn man sich in so einem Umfeld bewegt. Ich meine, wir in der Leichtathletik, das sind athletische Körper. Aber du, dich hat das ja offenbar irgendwie belastet, auch psychisch, habe ich den Eindruck. Ja, klar. Also wenn man sich über, das waren mit Sicherheit sechs, sieben, acht Jahre nur mit Ernährung befasst und sich nicht wohlfühlt und weiß, im Wettkampf kommt es aber genau darauf an, dass man mit sich im Reinen ist, dann belastet das auch psychisch, ja. Lass uns doch mal einen ganz, ja, totalen Schwenk machen. Wir sitzen an der TU, müssen wir vielleicht auch erklären, warum wir an der TU sitzen. Du studierst hier, also. Genau. Ich studiere, ich bin jetzt im Master Grundschullehramt und studiere schon ein paar Jährchen hier. Ich glaube, im Wintersemester elf, zwölf habe ich angefangen. Du ziehst das auch wirklich durch oder wie macht man das? Wie ist der Tagesablauf bei dir? Ich habe probiert in den ersten drei Semestern, weil man kennt das System ja gar nicht. Das System Uni wird einem ja überhaupt nicht erklärt. In der Schule hat man seinen Stundenplan und arbeitet den so ab und, naja, genauso voll habe ich es mir dann auch in der Uni gelegt. Und in den ersten drei Semestern kam ich überhaupt nicht klar. Ich habe die Belastung falsch portioniert sozusagen. Ich habe probiert, in der Uni 100 Prozent zu geben, im Sport 100 Prozent. Das ging nicht. Mittlerweile habe ich wirklich ein gutes Gefühl, wie viel ich mir zumuten kann. Und ich mache tatsächlich wenig. Also ich studiere langsam. Ja, wenn das geht, ist doch gut. Genau. Ich mache ein, zwei Kurse im Semester, schreibe zwei, maximal drei Klausuren und so funktioniert das auch ganz gut. Mit dem Ziel tatsächlich mal Grundschullehrerin zu werden nach der Leistung der Karriere oder nur einfach, weil man ein Studium hat? Nee, nee. Ich habe mir schon überlegt, was ich da mache. Also ich habe super gerne irgendwie schon immer was mit Kindern zu tun gehabt, habe Praktika und Projekte auch schon an Grundschulen gemacht. Und das ist toll. Die geben einen so viel zurück. Die sind so ehrlich und so wissbegierig. Das macht super viel Spaß mit Kindern. Von daher, das Ziel ist es definitiv, dieses Studium abzuschließen und auch das Referendariat. Aber wohin es mich dann, also ich möchte es in der Tasche haben, aber ob dann der Weg doch ein anderer ist, das weiß ich nicht. Und das möchte ich mir auch gar nicht, da möchte ich mich auch gar nicht festlegen. Du bist mit 26 relativ alt schon, oder? Ohne dir so nahe zu treten. Ich hätte es jetzt irgendwie diplomatischer formulieren können. Aber die Leichtathleten sind jung, oder? Naja, dann ist es nicht ganz so wie im Turnen oder Schwimmen. Man sagt tatsächlich im Hürdensprint bis Schnelligkeit, auch die technische Herausforderung, bis das alles aufeinander abgestimmt ist, ist das perfekte Alter Ende 20. Da ist man so auf dem höchsten Niveau der Leistungsfähigkeit. Von daher bin ich gerade in einem guten Alter. Es gibt auch viele Hürdensprinteren, die, nein viele nicht, aber einige, die 33, 35 sind. Es kommt natürlich darauf an, wie sehr man seinen Körper pflegt. Die Regeneration, gerade wenn man eben älter wird, ist so das A und O, das merke ich auch. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Mir fällt gerade ein, du hast ja auch ein Heimspiel, nämlich bei der Hallenmeisterschaft. Kommen da Studentinnen oder wissen die gar nicht, oder Mitstudenten, wissen die gar nichts? Das ist vielleicht so ein Thema für sich. Ich habe tatsächlich eine einzige Freundin im Studium kennengelernt, die auch, die kommt. Aber das ist auch eine meiner besten Freundinnen mittlerweile. Ansonsten sitze ich in Kursen mit Leuten, die ich nicht kenne. Also das ist ja, man sieht sich, kennt sich vom Sehen, aber ich weiß auch nicht, ob die unbedingt, einige haben mich schon angesprochen und wissen, was ich mache. Ich bin aber auch niemand, der sagt, hallo, ich mache das und das, sondern ich bin, wenn ich in der Uni bin, eine normale Studentin. Aber ansonsten kommen natürlich super viele. Also meine Eltern sind da, andere Freunde, viele, viele, die hier in der Ecke wohnen und mich kennen. Also ich glaube, das wird schon, das wird schon cool. Ein schönes Heimspiel. Ja, genau. Ja, wie ist das mit den Mitstudenten? Gibt es da auch welche, die sagen, ach, diese Eingebildete, diese Sportlerin oder was? Oh, vielleicht sagen sie es, ich habe es noch nie gehört. Nee, ich habe es noch nie gehört. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die finden, oder einige, die mich eben angesprochen haben, finden es cool. Die sagen, hey, ich habe dich in London gesehen. Wie krass, du saß doch noch vor drei Monaten neben mir in dem Kurs. Also das ist das einzige Feedback, was ich kriege. Die anderen, wie gesagt, ich glaube, die kriegen das gar nicht mit, dass ich, die sich nicht da irgendwie interessieren fühle, kriegen das gar nicht mit. Dann gibt es hoffentlich noch ein großes Ziel, nämlich 2020 Tokio. Ja, klar. Also das ist, ich war bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Da fing gerade so der Weg nach oben international an und das hat mich, das war ein Wahnsinnserlebnis. Also es hat mich unfassbar eingeschüchtert, wenn man das mal erlebt. Danach brauchte ich auch viel, viel Ruhe. Und für mich waren es mit so vielen Menschen zusammen. Die Gebäude sind hoch und grau und das Einzige, was man da sieht, sind Fahnen und unterschiedliche Sprachen. Das war wirklich ein riesen Input. Die sportlichen Ereignisse sind natürlich bombastisch. Und 2020 möchte ich da auch einfach sportlich wirklich in Topform sein. Und ich glaube, dann kann ich es auch genießen. Ich glaube, die ersten Olympischen Spiele sind so zum Wow. Okay, das ist Olympia. Und dann kann man erst das Feuer richtig spüren. Ihr seid ja immer auch erst in der zweiten Woche dran. Erst sind ja die Schwimmer und dann kommt ihr. Hast du das mitgekriegt in Rio von anderen Sachen oder ist man da im Kopf einfach nur auf seinen Wettbewerb fokussiert? Das ist gar nicht so leicht. Ich habe mir, ich wurde auch im Vorfeld der Olympischen Spiele interviewt und was ich da so machen möchte und wollte alles möglich. Ich möchte mir da die Sport angucken und ich würde auch gerne zum Gewicht heben und Judo würde ich mir bla bla bla. Ja, letztendlich ist es nicht leicht, Karten zu kriegen. In Rio war auch das Wegesystem der Horror. Also da habe ich mich auch nicht selber getraut, irgendwo mich reinzusetzen und da hinzufahren. Die Leute wussten auch nicht richtig Bescheid. Ich glaube, es war so ein bisschen das Temperament. Die haben das so auf sich zukommen lassen. Von daher, ich habe Tischtennis mir in Rio angeguckt. Und ansonsten war ich da wirklich komplett fokussiert auf meinen Wettkampf. In Tokio wird das besser organisiert sein. Er ist nämlich das Meister an einer Stelle. Irgendwie ihr nicht als Leichtathleten, aber alle anderen mehr oder minder. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das in Tokio eine andere Nummer wird. Auch einfach eben vom Temperament, nenne ich es jetzt mal. Das wird, glaube ich, da wird alles durchgetaktet sein. Und da gibt es nicht so, oh, der Bus fährt auch mal 15, 20, 30 Minuten später. Obwohl man sich natürlich auf einen Wettkampf vorbereitet, das ist das Letzte, was man irgendwie braucht. Irgendeine Verspätung. Von daher, ich glaube, es wird anders, ja. Hast du ein Ziel für Olympia? Ich formuliere das immer gerne so ein bisschen unkonkret. Ich würde wirklich einfach da, wo ich jetzt gerade so über die Jahre geschafft habe, Fuß zu fassen, international. So langsam bin ich da oben, schwimme ich da oben mit. Das würde ich gerne bis dahin halten. Und dann bei den Olympischen Spielen sind es eben drei Runden, die man bestehen muss. Der Vorlauf, das Halbfinale und das Finale. Und da würde ich gerne immer, und das ist das Wichtigste, mental wach sein. Also das ist, der Sprint lebt nicht von dem, klar, was du trainiert hast, aber letztendlich entscheidet sich alles da oben in der Birne. Und deswegen ist das Ziel, so von Runde zu Runde stark im Kopf zu sein. Und wenn man dann in so einem Finale steht, das habe ich auch vor London gesagt, da ist alles machbar. Ja, du hast Bronze gewonnen in London, wunderbar. Hast du da vorher mit gerechnet, dass du eine Chance auf eine Medaille hast? Ich habe das mitbekommen, dass um mich herum das gesagt wurde, dass plötzlich in der Zeitung Medaillenhofftung stand. Das war für mich, damit habe ich nicht gerechnet. Aber was ich gesagt habe, wenn ich in dieses Finale komme, da stehen acht Mädels. Und dann ist es der Kopf, der entscheidet. Und wenn du in dem richtigen Moment wirklich alles zusammen hast, frei von Zweifeln bist, kannst du Großes schaffen. Und ich war wirklich cool. Also ich stand da cool und wusste, ich habe nichts zu verlieren. In der Top 8 bist du gerade der Welt. Und dann habe ich mir tatsächlich diese Medaille gekrallt. Das war schon der Wahnsinn. Also das war, da denke ich gerne zurück. Ja, das war ein gutes Gefühl, mit dem man sich wahrscheinlich motivieren kann. Für die Hallenmeisterschaft, für die Europameisterschaft ist es in Berlin und dann hoffentlich auch in Tokio. Richtig, absolut. Zumindest in den Endlauf kommen. Das würde uns alle freuen. Ja, mich auch. Herzlichen Dank, dass wir sprechen durften. Pamela, Pam Dukiewicz. Der Nachname war super, Pamela, der vorne. Pamela, also ein Doppel-M sozusagen, gedacht mit Doppel-M. Genau. Ich übe das nochmal auf, ich kann das bis zur Hallenmeisterschaft, damit ich dich richtig anfeuern kann. Herzlichen Dank, dass du hier bei uns im Podcast zu Gast warst. Danke sehr. Danke sehr. Untertitelung des ZDF, 2020